Ja, hey Leute, hier ist der Robert von Autorando und in diesem Video soll es um den Gartenrundgang im November gehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe echt lange überlegt, machst du jetzt nochmal einen Gartenrundgang oder lohnt sich das überhaupt jetzt noch? Und dann hast du ja gesehen, habe ich hier mal die Plane von meinen Kartoffeln weggenommen oder besser gesagt den Folientunnel. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist wie jedes Mal jeden Tag wieder eine neue Freude für mich, die Kartoffeln hier zu sehen, wie schön die wirklich gewachsen sind. Die hatte ich ja Anfang September gesteckt, jetzt haben wir Mitte November bald und ja, also wirklich eine wahre Freude. Die sehen richtig gesund aus und was hier am Ende November dran hängt, darauf bin ich wirklich mal richtig gespannt. Ja, du siehst, das ist hier meine Abdeckplane, das ist wirklich ein stabiles Material, die decke ich hier jeden Abend damit ab, meine Kartoffeln. Und ich denke, damit können die Pflanzen so Nachtfröste von minus 4, minus 5 Grad schon überstehen. Es wird wahrscheinlich jetzt kein großer Wachstumsprozess mehr stattfinden, aber wie gesagt, ich bin echt total gespannt, was da am Ende November dran ist. Und da mache ich auf jeden Fall ein Video dazu und ich hoffe, da bist du auch wieder mit dabei. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal jetzt durch den Garten. Ich nehme euch einfach mal mit und du siehst, ich habe schon eine Mütze auf. Ja, es ist irgendwie ziemlich kalt geworden schon. Wir haben es 2 Grad heute und ich bin ja eher so ein Wintermuffel, sagen wir mal so, und eher so ein Sommerfreund. Aber wir müssen halt die Jahreszeiten nehmen, wie sie kommen und von daher gehen wir jetzt hier einfach nochmal durch den Garten. Und ich muss sagen, es wächst noch erstaunlich viel. Los geht's! Ja, und bevor wir unseren Blick in Richtung Erde wandern lassen, lassen wir ihn einfach nochmal in Richtung Himmel wandern, nach rauf zu den Bäumen. Und du siehst, die haben schon ordentlich Federn in Form von Blättern gelassen. Und das sind hier bei mir in den meisten Fällen Ahorn und Buchen im Garten. Und ja, das Laub dieser Bäume kann man natürlich herrlich als Mullschicht für die Beete und auch hier für mein Upcycling-Hochbeet verwenden. Du siehst, das habe ich nochmal schön die Plane, die ich da letztens drauf getan hatte, im, glaube ich, vorletzten Video Hochbeet-Winterfest machen, habe ich weggenommen. Und jetzt habe ich eine schöne Laubschicht draufgepackt, weil jetzt auch einfach das Laub endlich verfügbar war. Das war damals noch nicht so. Und ja, damit ist die Humusschicht schön gegen Austrocknung und vor widrigen Witterungseinflüssen geschützt. Und ja, wenn wir das hier so nehmen, also die Schicht ist so, ja, so dick etwa, ist so eine, ja, sagen wir mal so 10 Zentimeter. Und wenn er das so macht, dann macht er eigentlich nichts falsch. Und es ist wirklich ein schöner, natürlicher Schutz, der auch die Mikroorganismen und das Bodenleben im Hochbeet im Winter ernährt. Ja, und da lassen wir nochmal unseren Blick nach rechts wandern vom Upcycling-Hochbeet. Und da siehst du, da habe ich hier jede Menge Bücher eingepflanzt. Und ja, hier ist eine Maulbeere und das würde mich ja mal interessieren, wer von euch hat eigentlich eine Maulbeere im Garten? Muss man da irgendwas beachten? Ich habe mich da, um ehrlich zu sein, noch gar nicht näher mit beschäftigt. Das könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, da wäre ich total dankbar für. Das hier ist noch eine schwarze Johannisbeere. Da habe ich auch noch einen anderen Standort, einen Johannisbeerbücher eingepflanzt. Also das sollte eine ganz gute Ernte nächstes Jahr werden. Ja, und weiter geht es hier mit der Zucchini-Pflanze. Das war auch so ein Riesenteil. Und das hier hat auch so viele Zucchinis produziert. Das ist echt Wahnsinn. Aber du siehst, ja, ihr Leben ist jetzt auch vorbei. Der Mehlthau hat von ihr Besitzer ergriffen. Aber sie hinterlässt uns was, nämlich ein kleines Kind in Vorfahrt einer riesigen Zucchini. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so manche Leute mögen ja diese Riesenbomben überhaupt nicht und sagen, ach, das ist alles Mist, die gehören direkt auf den Kompost. Aber ich mag die eigentlich ganz gerne, weil dadurch, dass sie so lange hier am Busch gereift sind oder an der Pflanze gereift sind, haben die wirklich eine ziemlich dicke Schale und sind dadurch auch sehr lange lagerfähig. Und das ist wirklich eine super Möglichkeit, auch noch im Herbst oder sogar schon im Winter. frisches Gemüse aus dem Garten konsumieren zu können, ohne dass man da vorher irgendwie was machen muss, irgendwie einmachen muss, konservieren muss und so weiter. Und ja, einfach Schale ab, dann das Fleisch raus und da kannst du dir eine leckere Zucchinisuppe machen oder ein leckeres Zucchini-Gemüse. Ja, das ist doch schon ein ganz guter Haufen geworden, Leute, oder? Was sagt ihr? Und wenn du dich fragst, sag mal, Robert, wieso liegt denn bei dir auf dem Beten plötzlich der ganze Rasenschnitt und der ganze, ja, Baumschnitt und Strauchschnitt und was weiß ich, was da noch alles drin ist rum, ja, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich deponiere das Material gleich dort, wo ich das am nächsten Jahr dann brauche oder das werde ich dieses Jahr schon im Winter hier benötigen, weil hier auf diese Fläche kommen einfach vier Mini-Hochbäder und das alles hier ist die Grundfüllung für meine Mini-Hochbäder und auch alles Laub, was ich jetzt hier zusammenrechnen werde, im Garten landet auch hier gleich mit da und so habe ich alles sofort zur Hand und muss da nicht von der einen Ecke zur anderen Ecke und von der Ecke wieder zu der Ecke und dann vergesse ich wieder die Schubkarre und vergesse wieder die Schaufel. Du kennst das vielleicht, dieses Spiel, was man da immer hat und da verliert man jede Menge Zeit und ich glaube, auch durch sowas kommt dieses Gerücht, dass ein Garten jede Menge Arbeit macht. Aber ich meine so, wenn man ein kleines bisschen plant, dann kann man schon viele Arbeitsschritte optimieren und so viel Arbeit ist das dann am Ende auch nicht. Ja, und wie siehst du, hier ist der Mangold, da sieht er auch noch ganz gut aus, da ernte ich auch noch immer kräftig weiter. Also wenn ich daran denke, wie viel Mangold ich dieses Jahr hatte, das ist echt unglaublich. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist sogar noch ein Kürbis, krass, den hatte ich noch gar nicht entdeckt. Ja, diese Fläche hier, das ist meine ehemalige Fläche, wo ich meine Kartoffeln angebaut hatte. Hier habe ich das Landsberger Gemenge ausgesät, das siehst du hier, das ist alles schön zugewachsen. Da waren Sonnenblumensamen mit dabei und du siehst, hier im November wachsen schon wieder fast die zweite Generation an Sonnenblumen. Ich bin mal wirklich gespannt, ob sie noch aufgehen. Die eine scheint mir hier schon fast davor zu sein, zumindest wird das eine Mini-Sonnenblume. Ja, du siehst hier, das ist eine dicke Bohne und du siehst, die blüht jetzt im November unglaublich und die verströmt immer noch diesen wahnsinnig tollen Duft. Und wenn ihr das noch nicht hattet, probiert wirklich mal dicke Bohnen aus im Garten. Und wenn es nur als Bienenweide ist, weil das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie toll die Insekten anziehen. Ja, hier auch Mini-Sonnenblumen, dann wächst hier noch eine wilde Kartoffel. Ja, daneben wieder eine Bombe und die Zucchini-Pflanze, die ist nur wirklich total blatt. Das ist mein Schmetterlingsbusch, den ich jetzt vor vier Monaten ausgepflanzt hatte. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus, ist schön, schön angewachsen auf jeden Fall. Und ich denke, nächstes Jahr geht es da richtig voran. Ja, du siehst, auch ich habe hier im Garten mit dem Laub zu kämpfen. Und ich sehe es ja immer, wenn ich ab und zu mal in der Stadt bin, wie die Leute da verzweifelt versuchen, das Laub wegzumachen von den Gehwegen. Das ist halt auch gefährlich, wenn das feuchte und nasse Wetter ist, dass die Leute da ausrutschen. Ich hier im Garten, ich sammle das Laub auf großen Haufen und befülle damit meine Hochbeete und meine Mini-Hochbeete. Außerdem kannst du das auch verwenden, um deine Beete schön abzumulchen, die du vorher natürlich nicht umgegraben hast. Aber dazu werde ich dann später auch noch gekommen. Und ja, wenn du vielleicht irgendwie zu Hause doch irgendwie noch eine kleine Ecke hast, dann leg dir doch einen Kompost an. Als Grundlage eignet sich natürlich das Herbstlaub hervorragend. Also alles außer Walnussbäume und Eichen kann da mit rein. Natürlich, Nadelgehölze sollten da auch nicht mit verkompostiert werden. Aber alles andere bildet einen super Humus. Und ja, den reifen Kompost kannst du dann quasi nächstes Jahr auf deine Bäder ausbringen. Und ja, du wirst mit Sicherheit durch eine reiche Ernte belohnt. Und ich würde sagen, ja, der Felsalat sieht auch schon ganz gut aus. Das ist amerikanischer Pflücksalat und den pflanze ich nach und nach in mein Spätbeet ein. Und da können wir jetzt mal zusammen hingehen. Da machen wir nochmal einen kleinen Spaziergang hier. Hier ist wie gesagt die Gründüngungsfläche. Da war die Zucchini-Pflanze, die abgesturben ist mit der Riesenbombe dran. Ja, hier ist mein Upcycling-Hochbeet. Da hinten waren die Bücher. Hier ist noch der schwarze Rettich. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist wieder eine wahre Freude. Und der schmeckt auch richtig schön scharf. Und das ist genau das Richtige für die Erkältungssaison. Jetzt diese ätherischen Öle des schwarzen Rettichs. Und ich kann es immer nur wieder euch empfehlen. Ende August seht den schwarzen Rettich aus. Und der ist auch relativ frostresistent. Also da kann schon mal so ein kleiner Frostschlag wegstecken. Und du siehst, so langsam wachsen hier auch Rettiche heran. Hier sehen wir es besser. Hier ist auch schon einer. Das sind meine Bohnen, die es nicht mehr geschafft haben. Da auch wieder ein Pilz. Die Bohnen, die blühen zwar, aber die werden es nicht mehr schaffen. Genau wie meine rote Beete, die hier, die du da siehst. Die hat es nicht mehr geschafft, weil ich hatte es ja schon im Gartenrundgang gesehen. Ich hatte nicht beachtet, dass die Hecke ziemlich hoch ist. Und natürlich die Sonne jetzt immer weiter absinkt. Und dadurch haben die einfach nicht genügend Sonnenlicht gekriegt. Manche Fehler macht man halt jedes Jahr immer wieder. Ich glaube, ich muss es mir bald mal irgendwie auf der Hand tätowieren. Oder so, dass ich das mal im nächsten Jahr dran denke. Hier sind wir schließlich an meinem Spätbeet. Und du siehst, das ist schon gut abgedeckt mit einer Folie. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal gemeinsam nach oben. Und schauen mal, was da drunter so passiert ist in der letzten Woche. Ja, weg ist sie, die Plane. Und jetzt schauen wir gleich gemeinsam rein. Nein, doch bevor es soweit ist, würde ich dich gerne noch bitten, könntest du jetzt den Kanal abonnieren. Unten rechts da so ein kleiner Button, das siehst du hier, Abo. Und damit kannst du kostenlos den Kanal abonnieren. Da kriegst du hier jede Woche von mir ein tolles Video aus dem Selbstversorgergarten. Und da kannst du jede Menge lernen und auch sehen. Und es wäre total toll, wenn du dabei wärst. Und ich freue mich, dich auf jeden Fall wieder auf dem Kanal begrüßen zu können. Jetzt schauen wir mal hier rein, was hier so gewachsen ist. Und du siehst, das sieht schon ganz gut aus. Da haben wir ja auf jeden Fall Asia-Salate. Das ist das hier. Das sind die Asia-Salate. Die lieben ja auch die Kälte. Also die kommen locker mal mit einem guten Frost aus. Die haben da überhaupt kein Problem damit. Dann habe ich noch ein paar Winterzwiebeln gesteckt hier. Die kommen hier auch so langsam, siehst du ja hier. Kommen auch schon so langsam vor. Dann dahinter haben wir eine Reihe Radieschen. Ja, die werden... Hier haben wir auch schon so ein kleines Mini-Radieschen. Die brauchen noch so ein, zwei Wochen. Und hier hinten haben wir dann den amerikanischen Pflücksalat. Und du siehst hier hinten, da sind schon einige Lücken. Da habe ich schon amerikanischen Pflücksalat geerntet. Und ich würde mal sagen, wir gehen das gleich mal gemeinsam vor. Holen nochmal die kleinen Salatpflanzen, die wir da in der Anzuchtschale gesehen haben. Und pflanzen den dort jetzt ein. Und ja, um das dir nochmal zu zeigen, so sieht das aus. Ich habe hier einfach nur so ein Steckregal genommen. Das habe ich von einem Freund bekommen. Ich habe mal eins in der Beschreibung verlinkt. Das kann man auch kaufen. Kostet, glaube ich, 15 Euro. Ist eine Anschaffung für viele, viele Jahre. Dann dazu noch eine wertige Plane dazu. Die kostet so ungefähr 20 Euro. Und da hat man viele Jahre Freude. Und kann auch noch im Herbst und im Winter tolle Sachen im Garten ernten. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam vor und holen nochmal ein paar Pflücksalate. Hier haben wir sie. Die mache ich natürlich immer schön mit einem großen Bein raus, dass das Wurzelwerk nicht verletzt wird. Und du siehst, so sieht das dann aus. Und den kann man dann schön bequem einpflanzen. Und da wird auch der Wachstumsprozess der Pflanze nicht unterbrochen. Wir machen uns einfach mal vier Stück raus. Ich würde mal sagen, Pflücksalat für alle. Und los geht's nach hinten zum Einpflanzen. Einfach ein kleines Loch machen. Einpflanzen, andrücken, fertig. Die Erde ist feucht genug. Da muss man nicht mehr angießen. Und so können wir uns dann nach und nach die Lücken hier auffüllen. Und haben immer wieder frisches Grün zur Verfügung. Und jetzt gerade in der Erkältungszeit. Und du weißt ja, wir leben ja gerade in so einer speziellen Zeit. Wo man auch wirklich auf seine Ernährung achten sollte und immer viel Vitamine zu sich nehmen sollte. Und natürlich, was ganz wichtig ist, dass da oben die Sonne, also immer schön in Sonnenlicht gehen. Und da hat man, glaube ich, sehr gute Chancen, diese Phase jetzt gesund zu überstehen. Ja, so sieht das dann aus, wenn es eingepflanzt ist. Herrlicher Anblick, frisches Grün im November im eigenen Garten. Also ich meine, was gibt's Schöneres. Und ja, so lecker wie das ausschaut, so lecker schmeckt das auch. Ja, Leute, und bevor wir zum Schluss kommen, habe ich doch noch was ganz Wichtiges für euch. Und du siehst, ich habe hier schon mal was für euch angebaut. Das sind nämlich, wie du unschwer erkennen kannst, Brennnesseln. Und die habe ich nicht ich angebaut, sondern die Natur für mich hier angebaut. Und du weißt ja, ich habe es ja schon gerade gesagt, in den Zeiten, wo wir unser Immunsystem unterstützen sollten. Und jetzt ganz besonders, dann sollten wir natürlich auch auf eine vitaminreiche Ernährung achten. Und nichts hat mehr Vitamine und Schutzstoffe als die Wildkräuter, die bei uns im Garten wachsen oder im Wald wachsen. Und von daher nehme ich jeden Tag einfach mal so drei, vier von diesen Brennnesselspitzen, mache die ab. Das sieht dann so aus, ich zeige euch das mal. Und dann rolle ich die einfach so zusammen und mache daraus wie so eine kleine Brennnesselkugel. Also die rolle ich dann einfach zwischen meinen Fingern und dann werden die meisten der Spitzen einfach gebrochen. Und ihr könnt die einfach in den Mund stecken und essen. Und ich sage euch eins, euer Körper wird sich definitiv dafür bedanken. Ihr sollt natürlich darauf achten, dass ihr die Brennnesseln jetzt nicht irgendwo in der Nähe von der Straße pflückt. Oder vielleicht irgendwo, wo eine Hundewiese ist, wäre dann vielleicht nicht ganz so angenehm. Aber ansonsten, Wildkräuter ist wirklich immer wieder eine super Alternative. Auch zu anderen Immununterstützungs-Arzneien, die man so im Handel kriegt. Ich sage euch hier, die gibt es umsonst. Und ich glaube, die Wirkung von diesen Pflanzen hier ist tausendmal besser als alles andere, was ihr so finden könnt. Ja Leute, und das wollte ich euch noch zeigen. Das habe ich doch gerade noch entdeckt. Da unter den Brennnesseln war es hier sogar noch ein kleiner Hokkaido versteckt. Und ja, das ist immer das Schönste, wenn man denkt, man hat schon alles abgeerntet und dann doch noch irgendwo versteckt unter dem Laub oder unter den Brennnesseln was findet. Und da würde ich sagen, verabschiede ich mich auch gleich von euch. Mich würde es total interessieren, wer von euch versucht das mit den Brennnessel-Spitzen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen da rein, ob das euch gestachelt hat im Mund oder ob ihr da vielleicht irgendwie so gesagt habt, Mann, das war lecker, das hätte ich jetzt gar nicht von den Brennnesseln so erwartet. Und das würde mich echt mal total interessieren. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, kommentiere kräftig, leige kräftig, teile kräftig. Naja, du kennst das ganze Spiel. Vielen Dank auf jeden Fall für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, euer Robert von Adorando. Ciao.